So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel hier gegen Newcastle. Geht es los? Ja, die Position von Huangboing gefällt mir im Moment nicht ganz so. Da werden wir experimentieren. Ansonsten keine Experimente. Church aufgestellt. Gut aufgestellt. Ja, schuld der junge Mann. Zeigt gute Akzente, ist aber noch nicht so weit. Das ist klar, das ist eine kleine Schwachstelle natürlich auf der linken Seite, aber da hilft nur Erfahrung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war meiner Meinung nach Ball gespielt. Das ist jetzt extrem arsch. Er wurde hier weggestoßen. Oh, der ist schnell. Oh, der ist schnell. So, Cinelli zieht zum Tor. Oh. Ja, das war nichts. Da sehen wir es. Carabao Cup steht an gegen Bristol City. Da wird man natürlich in Bestbesetzung auflaufen. Vor allem wieder mit 11 Mann. Schön zieht hier das Church Reis. Hopranjag und Sieg gehen in Führung. Schön gemacht. Goal für die Hosts, Nummer 17, Simon Church. Geht. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, der ist ja drübergefallen. Der ist ja gestolpert, ha? Das mal mit dem Fuß sogar. Okay. 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 Zwei Wechsel, wie ihr gesehen habt, hat er es gegeben. Na gekoomen, Alter. Okay, das war ein Fall, das lasse ich mal einreden. Coolback, holt ihr einen Coolback. Gelbe Karte für Liner, passt da, sage ich okay. Das ist ein Fall, das ist ein Fall. ich denke geschehen geschehen schiel geht echt kacken oder gegen kacken oder macht so eine großen hoffen und verschwinde mit deinem scheiß kopf darin verschwinde echt mit dem scheiß kopf darin oder echt war das gibt sie nicht oh oh Oh. Komm, Fai. Komm, komm, wir sind in die nächste Route. Oh. Oh, der war noch drinnen. Hm. Oh. Was, das hat er nicht gepfiffen? Schiri, darfst du es jetzt übersehen? Oh. 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 Alter, Cinelli. Bin ich froh, dass ich den ausgewechselt hab. Bin ich froh, dass ich ihn nicht froh, dass ich ihn nicht froh, dass ich ihn nicht froh. Bin ich froh, dass ich ihn nicht froh. ja ja oh oh okay yeah 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 Was ist das? Das wird nicht gehandelt, Alter, wenn du Scheissspieler mich wegdrängst, Alter. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ja, Punkterteilung. Danke, Schiri. Danke, 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 du blödes Arschloch, Alter. Da, Ball gespielt. Eindeutig Ball gespielt, Alter. Eindeutig, du schwule Sau, du Schiri. Wirklich. Da fehlen mir die Worte, da fehlen mir echte Worte. Da, Ball gespielt. Unglückliche Helfer. Okay, da war es nicht Ball gespielt. Da hätte ich auch drüber hüpfen können, eigentlich. Aber ist wurscht. Punkterteilung. Ich bin der Fanggemer. Macht's euch gut, bis dann. Ciao und baba.